Sie hören den einzigen wahren Radiosender des Saarlischen Bundes, Sabu 1. Im folgenden hören Sie die Radioansprache vom ersten Referent Clark Mayfield. Werte Bürgerinnen und Bürger des Saarlischen Bundes, Werte Immorzen, Werte Rotoiden und Werte Varel Wiff, die dann auch bald per Gedankenkontrolle kontrolliert werden, damit sie glücklicher sind, aber das darf keiner wissen. Also pssst. In letzter Zeit ist viel passiert im Saarlischen Bund. Die Janari Combined Stars sind abduhn unsere Versaillen. Wir werden ihnen ihr Territorium wieder zurückgeben, das vom Janari State erobert wurde. Janari State, ein Name, der bald von allen Karten verschwinden wird. Sie haben einen Kriegsgrund uns geliefert, haben nämlich Kormagion. Das Kormagion-System bevölkert. Einen Planeten, den wir bereits seit vielen Jahrzehnten in unserem Blick haben. Ein Kolonieschiff. Ist sogar im Orbit des Planeten Rixisch. Und der Gegner hat trotzdem, obwohl er sah, dass dort ein Kolonieschiff im Orbit ist, trotzdem den Planeten kolonisiert. Einen Kriegsgrund, den wir dann bald auch in die Tat umsetzen. Wir werden im Krieg sein mit der Janari State und werden unserem Fasalen, den Janari Combined Stars, ihr Territorium wieder zurückgeben. Ansonsten, wirtschaftlich gesehen, läuft es mehr oder minder gut. Einzig unsere Kredits sind sehr in der Miese. Wir müssen mehr Kredits sammeln. Darum rufe ich jede Bürgerin und jeden Bürger auf, Kredits zu spenden für das Wohl des Saalischen Bundes. Eine interessante Neuigkeit. Wir haben auf Sol, auf dem Planeten Sol 3, menschliches Leben entdeckt. Wir haben dort einen Beobachtungsposten gebaut und im Bälde werden wir wissen, was es mit diesen fremden Menschen auf sich hat. Das ist in einer Galaxie, so weit von uns. Andere Menschen mit derselben Physiognomie und auch sonst dem ganzen restlichen Zeugs mit uns übereinstimmt. Dass das passiert, ist sehr, sehr seltsam. Darum bin ich mal gespannt und auch unsere Wissenschaftler, was es mit diesen Menschen auf sich hat. Wie auch immer, das war es von meiner Seite aus. Für eine glorreiche Zukunft für uns, für den Saalischen Bund und für unseren Vasallen Janari Combined Stars.